Hallo, mein Name ist Maike Kranz von 123Effizient dabei. Ich bin Expertin für Büroorganisationen und habe in den vergangenen Jahren schon vielen Sachbearbeitern dabei helfen können, ihren Arbeitsplatz so zu strukturieren, dass sie mehr Zeit für die wichtigen Dinge haben. Auf diesem YouTube-Kanal stelle ich Ihnen verschiedene wertvolle Tipps von mir vor für mehr Effizienz am Arbeitsplatz. Das umfasst ganz verschiedene Themen, zum Beispiel zeige ich Ihnen, wie Sie mehr Ordnung schaffen können, wie Sie Ihre Ablage effizient gestalten, sowohl im Papier als auch elektronisch. Ich gebe Ihnen Tipps zu Windows, Word, Excel, Outlook und zeige Ihnen auch, wie Sie Ihre Zeit effizient managen. Wenn Ihnen das hier gefällt, dann empfehle ich Ihnen, meinen Kanal zu abonnieren und außerdem lade ich Sie dazu ein, meinen kostenlosen Newsletter zu abonnieren. Als kleines Dankeschön erhalten Sie von mir mein 24-seitiges E-Book mit meinen 10 besten Tipps für mehr Effizienz im Büro. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020